Wie lange ist es noch mal verheiratet? Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu gucken. Ich habe dich vermisst. Wirklich? Mitten in der Montagskonferenz habe ich immer an Sex gedacht. Komm, lass uns ein Taxi nehmen ins Plaza Hotel. Wir müssten erst in einer Stunde auschecken. Geht nicht. Du hast einen Aschenbecher und zwei Handtücher mitgehen lassen. Wir werden gesucht. Du liebst mich immer noch. Nach den sechs Tagen im Plaza? Für einen Juristen küsst du wirklich gut. Für einen Küsse bin ich ein richtig guter Jurist.